Ich bin heute hier, um euch die Neuerung in dem Projekt 3D City Database vorzustellen. Ich würde ganz am Anfang mal gerne wissen, wer schon mal von dem Projekt gehört hat. Also ich habe letztes Jahr auf der Frostkiss einen Vortrag darüber erhalten, aber da war vielleicht der eine oder andere nicht da. Also nur mal wer Hand hoch, wer schon mal davon gehört hat oder mal mitgearbeitet hat. Noch cooler? Okay. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wer weiß, was City GML ist? Oder also wer kennt sich damit ein bisschen aus oder kann das ungefähr einordnen? Okay, dann muss ich darauf nicht so sehr eingehen. Also es gibt hier noch ein paar Slides, die kann man sich dann später noch ansehen, aber die kann ich hier eleganterweise überspringen. Okay. Also die 3D City Database ist eine Datenbanklösung, die auf einem relationalen Datenbankmanagementsystem aufsetzt und es uns ermöglicht, 3D-Stadtmodell-Daten, also wirklich flächendeckende 3D-Stadtmodell-Daten zu speichern. Hier habe ich mal ein Zitat von der Homepage der 3D City DB. Das ist alles auf Englisch gehalten. Also der ganze Vortrag ist auch auf Englisch. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Also es gibt nicht so wahnsinnig viel Informationen zu dem Projekt, deswegen ich versuche auch jetzt gerade so die ganzen internationalen Zuhörer vielleicht noch im Web zu erreichen. Ja, und das ganze Projekt ist Open Source unter LGPL V3. Kurz was zu den Hintergründen. Das Projekt ist schon über 10 Jahre alt. Da war ich selber ein bisschen erstaunt, als ich die Folien zusammengestellt habe, weil ich bin eigentlich erst so 2012 da reingerutscht. Es ist an der Uni Bonn angefangen und wurde an der TU Berlin dann weiterentwickelt zu einer Version 2. Und das Ziel war es, für das 3D-Stadtmodell von Berlin, was als eines der ersten wirklich in der ganzen gesamten Fläche als City GML vorlag, dort eine Software-Schnittstelle zu schaffen, um dieses Modell auch verwalten zu können. Weil damals, wie auch eigentlich fast noch heute, ist es so, dass eigentlich so die großen proprietären Hersteller so offene Standards eher zögerlich anpacken. Oder eine Unterstützung dafür. Und deswegen, damals gab es halt auch wenig Support für City GML und dann hat man diese Datenbank entwickelt. Und ja, im letzten Jahr gab es da einige personelle Veränderungen. Die treibende Kraft in dem Projekt war der Thomas Kolbe und der hat im letzten Jahr einen Lehrstuhl, oder ich glaube 2012 sogar schon, einen Lehrstuhl an der TU München angenommen. Und das Entwicklertema an der TU Berlin hat sich so mehr oder weniger aufgelöst. Und dann haben sich die Firmen, ja, Moss und halt wir, haben sich gesagt, okay, wir setzen das Produkt bei Kunden ein und bauen da auch unsere Software drauf auf. Das Projekt darf auf gar keinen Fall brach liegen. Und wir wollen versuchen, dass wir jetzt, weil wir auch eigene Entwickler daran zu sitzen haben, dass wir jetzt versuchen, das Projekt weiterzuentwickeln. gemeinsam auch in Kooperation mit der TU München. Da haben wir dann ein Steuerungsgremium eingerichtet. Da wird sich dann in regelmäßigen Abständen getroffen und entschieden, was in den nächsten Releases kommt, welche Features weiter nach hinten geschoben werden und dann Arbeitspakete verteilt. Also sowas zu der Organisation. Aber es ist noch recht überschaubar. Und wer da mitmachen will, wer die 3D-CityDB auch einsetzt und dafür Entwicklungen umsetzen will, die bisher noch nicht da sind, der kann uns gerne kontaktieren und ist willkommen, der Kooperation beizutreten. Okay, kurze schematische Übersicht, um sich das mal auf einen Blick so vorzustellen, wie die ganze Software zusammenarbeitet. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Wir haben hier, so in der Mitte, unsere Relationale Datenbank. Also wir unterstützen da Oracle Locator oder Spatial. Also das Locator ist jetzt erst mit der neuen Version. Und natürlich PostgresQL Postgres, aber das erst seit 2012. Und darauf aufsetzen tut nun die, haben wir irgendwo Laserpointer? Oder, nee, stimmt, ich sollte das Lineal nehmen. Gut, wie im Schulunterricht. Gut, hier darauf aufsetzen tut die 3D-City-Database. Das ist nichts anderes als ein relationales Datenbankschema, was uns sagt, wie die 3D-Objekte miteinander in Beziehung stehen, was für Abhängigkeiten es gibt. Und dieses Schema, relationale Schema, repräsentiert eigentlich, soweit es möglich ist, das objektorientierte Datenmodell von dem OGC-Standard City GML. So, City GML, das ist, wie gesagt, seit 2008 ein OGC-Standard und der dient dafür, um 3D-Stadtmodelle und Landschaftsmodelle geometrisch, aber auch vor allen Dingen semantisch zu beschreiben. Also, dass die Objekte nicht nur wissen, wo sie sind, sondern auch, was sie repräsentieren. Also, dass man beim Gebäude sagen kann, diese Fläche ist nun eine Dachfläche oder jene Fläche, die umherum sind, sind Wände und so weiter. Also, da kann man sehr viele Sachen mit modellieren, auch noch in anderen thematischen Klassen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass diese Schemaabbildung, nur mal zum Verständnis, also, diese Ableitung ist manuell passiert. Also, da hat man sich versucht, das Ganze so zu gestalten, dass man möglichst einen effektiven Datenbankzugriff hat. Und eine ganz wichtige Komponente, um überhaupt die Daten in die Datenbank zu kriegen, ist der Importer-Exporter. Das ist ein Java-basierter Datenbank-Client, mit dem man, ja, Dokumente, City GML-Dokumente in die Datenbank rein- und auch wieder rausschreiben kann. Also, es ist wirklich sehr auf diesen Transfer spezialisiert. Und, also, man kann wirklich auch beliebig große und beliebig komplexe City GML-Dokumente reinladen. Das ist also von einem der Autoren von City GML entwickelt worden. Und der hat da wirklich versucht, jede mögliche, also, ja, Anordnung, die man in City GML da vornehmen kann, abzudecken. Und was auch noch existiert bei dem 3D-City-B-Projekt, ist eine Exportmöglichkeit nach KML-Colada, um, ja, für, ja, die Inhalte in der 3D-City-B auch für 3D-Visualisierung verfügbar zu machen. Weil wir haben ja eben gerade schon gehört, City GML ist eigentlich in erster Linie nicht für Visualisierung im Web gedacht, also für schnelles Rendering. Da gibt es andere Formate. Und wie wir dann wieder aber zurück, Informationen aus der Datenbank zurückholen können in das Web, das zeige ich euch dann später. Okay. Dann kommen wir zu einer der großen Neuerungen mit der neuen Version. Das ist die Unterstützung von City GML 2.0. Das ist ja mittlerweile auch schon seit zwei Jahren die offizielle Versionsnummer. Und wer sich ein bisschen mit City GML befasst hat, der weiß, dass es von Version 1 zu Version 2 jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Veränderungen gab. Da hatte man auch, glaube ich, zwischenzeitlich noch, wollte man eigentlich erst auf 1.1 gehen. Das ging dann aber vom OGC nicht. Ja, und dann die wesentlichsten Neuerungen sieht man hier, habe ich hier abgebildet. Das sind die Unterstützung von den thematischen Modellen für Brücken oder Tunnel beziehungsweise unterirdische Strukturen. Die kann man nun auch in City GML abbilden. Dann, ja, wir haben einige Schema-Verbesserungen vorgenommen. Also durch die tägliche Arbeit merkt man irgendwann einfach, wo es ein bisschen umständlich ist, Informationen abzugreifen. Und da haben wir dann versucht, einige Sachen noch zu fixen und besser zu machen. Das will ich gar nicht so sehr im Detail jetzt erläutern. Hier hatten wir mal eine Abbildung vom gesamten Schema. Das ist jetzt natürlich sehr mit einem Hammer gegen Kopf, aber kann man sich später noch mal in Ruhe ansehen. Also ihr seht, das sind wirklich alle Tabellen, alle Relationen untereinander, wie sie zusammenhängen. Und das ist halt so ein fixes Schema. Das ist jetzt nicht irgendwie generisch abgeleitet aus GML oder so. Und bei der Geometrie-Speicherung, die habe ich im letzten Jahr ziemlich ausführlich erläutert, da nur so viel zu, dass wir, also eigentlich war es immer nur möglich, die Objekte über die Boundary Representation, also die Begrenzungsflächen, abzuspeichern. Das ist auch gut, weil dann können wir einzelne Flächen abfragen auch. Aber wir bieten jetzt auch die Möglichkeit, zusätzlich ein Solid abzuspeichern. Oder in Postgres ist das Polyhedral Surface, um vielleicht später, wenn es dann auch mal kommt, die Volumenberechnung durchzuführen. Achso. So. Gut. Ja, Neuigkeiten beim Importer-Exporter. Es sind hauptsächlich natürlich die Unterstützung von CityGML 2.0. Ein ganz wesentlicher Schritt, den wird der Benutzer aber wahrscheinlich nicht jetzt sofort merken, ist, dass jetzt bisher die bisherigen Entwicklungsstränge von Oracle und Postgres, das waren vorher historisch gewachsen zwei Entwickler-Versionen, die haben wir jetzt in eine Software zusammen geschmolzen. Und da haben wir eben ein abstraktes Datenbank-Interface geschaffen, gegen das dann jedes Datenbank-Management-System seine eigenen Klassen implementiert. Und theoretisch wäre es jetzt leichter, auch andere Datenbank-Systeme mit dem Importer-Exporter zu unterstützen. Aber bisher ist es von unserer Seite nicht vorgesehen. Also wenn da jetzt irgendjemand ankommt und sagt, ich will unbedingt mal SQL oder MS SQL, dann kann man darüber reden. Also es ist jetzt rein theoretisch leichter geworden. Ja, wir sind jetzt auch auf GitHub. Also vorher war das Repository immer auf einem universitären Rechner. Das ist jetzt halt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Soll auch ein bisschen jetzt darstellen, dann sieht die Entkoppelung von der Universität. Und da hat man nur mehrere Repositorys. Unter anderem hier zum Beispiel in der 3D-CityDB, da verbergen sich die OML-Diagramme oder die relationalen Schematas hinter, woraus man dann die Datenbank-Skripte erstellen kann. Und der Importer-Exporter ist halt der Quellcode des Java-Clients. Und das ist auch eine Neuerung, das haben wir vorher noch nicht gemacht, dass wir wirklich die relationalen Schematas mitliefern. Das heißt, wenn einem die 3D-CityDB an einigen Punkten zu knapp ist, wenn man da zu wenige Attribute hat oder einem Relationen fehlen, dann kann man das nun in diesem relationalen Schema-Modeller editieren und ganz einfach Skripte davon ableiten. Also wer bisher noch nicht so ein relationales Schema designt hat für PostgreSQL oder so, kann ich nur empfehlen, dieses PG-Modeller. Das ist ein Bild davon. Also ein schönes, auch freies und sehr leicht zu bedienendes Tool. Okay, WFS ist eine auch der großen Neuerungen. Also jetzt können wir die 3D-CityDB auch über eine OGC-konforme Schnittstelle ansprechen. Das war eine Eigenentwicklung von uns im letzten Jahr, die wir jetzt ins Open-Source-Projekt reintragen. Also wir unterstützen jetzt für den Open-Source-Teil nur momentan die Basic-Conformance-Class. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass es halt gerade so WFS 2.0 ist, aber nicht so wahnsinnig viel kann. Unter anderem jetzt, was ich hier geschrieben habe, nur die Filterung von GMLID. Wir werden dann noch mehr Features umsetzen. Das ist erstmal Inhouse. Wir planen auch ein WFST natürlich zwangsläufig, weil wenn wir Informationen im 3D-Viewport uns visualisieren können, wollen wir zwangsläufig auch vielleicht Änderungen oder also über Klicks sagen, wir ändern die Attribute und das geht dann zurück in die Datenbank. Oder wir löschen Objekte, was auch immer. Und ja, natürlich, und das WFS ist zwangsläufig auch erforderlich für Inspire-konforme Auslieferungsdienste. Also das war ein sehr wichtiger Schritt jetzt für die 3D-CTTB. Ja, die Geschichte ist ein bisschen losgelöst von der 3D-CTTB. Das ist eine Eigenentwicklung von mir. Bisher konnte man die 3D-CTTB versionieren auch, aber nur unter Oracle. Das lief mit dem Oracle Workspace Manager. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da schon mal mitgearbeitet hat. Das ist, naja, wir haben da sehr zwiespältige Erfahrungen mitgemacht und in PostgreSQL gab es aber also kein vergleichbares Feature oder, also ich weiß, mir jedenfalls nicht bekannt. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich habe da eine Idee, wie man das umsetzen könnte. Ich versuche einfach, alle Veränderungen mitzuschreiben über JSON-Funktionen von PostgreSQL und mir daraus wieder frühere Datenbankstände zu rekonstruieren. So könnte ich auch also fragen, wie sah mein Stadtmodell im letzten Jahr aus oder vor zwei Jahren? Also je nachdem, wie lange ich die Datenbank schon am Laufen habe und wie lange ich auch die Versionierung schon angeschaltet habe. Das wäre natürlich erst ab dem Zeitpunkt möglich, wo man sie aktiviert. Aber man könnte auch reintritt und sagen, wenn man nun Mist gebaut hat in einer Datenbank, könnte man das wieder zurücksetzen auf den früheren Stand. Und gerade bin ich noch dabei, dass man auch sagen kann, also diese eine bestimmte Änderung, die ich gemacht habe, die hat mir nicht gefallen. Ich würde sie gerne rückgängig machen, aber alles, was danach passiert, das kann so bleiben, dass ich das dann zurückmerchen kann. Also es wäre auch denkbar, damit möglicherweise auch so Planungsalternativen zu managen. Also es zu finden unter dieser Adresse hier, unter der GitHub-Adresse, das ist ein reines PLSQL-Skript, also ziemlich leicht zu bedienen. Ich würde mich da sehr über Feedback freuen, also weil bisher, ich habe das schon Open Source gestellt und veröffentlicht, aber bisher kommt da noch wenig zurück. Gut, jetzt nochmal zu 3D-CityDB. Pläne, die wir dafür haben, 2014, 2015, das ist zum einen, wir wollen den Importer-Exporter, da die Filtermöglichkeiten ein bisschen ausbauen, dass man auch über Attribute importieren und exportieren kann. Ich zeige euch den Importer-Exporter gleich nochmal, damit ihr auch mal ein besseres Verständnis für habt. Rasterdaten wollten wir eigentlich auch schon mit dem jetzigen Release unterstützen, weil da gibt es in CityGML das Raster-Relief-Feature. Das ist jetzt aber auch noch nach hinten gestellt worden, weil es bisher auch von Kunden nicht nachgefragt wird. Und ganz, ganz wichtiger Punkt ist CityGML-ADE-Support. Ich weiß nicht, wer den ADE-Mechanismus von CityGML kennt, das ist ausgesprochen, heißt es Application Domain Extension. Und das ermöglicht uns, wenn wir nun als ein anderes Land, jetzt aus dem deutschsprachigen Raum, ankommen und denken, wir wollen gerne einen nationalen Standard für 3D-Modelle errichten. Wir könnten CityGML nehmen, aber es ist hier und da fehlen einige Aspekte, die wir gerne bei uns mit drin haben, die CityGML nicht bietet. Dann ist es oft so, oder in Niederlanden war es jetzt so, in Finnland wird es jetzt auch so sein, dass die eben einen nationalen Standard definieren, der an CityGML angedockt werden kann. Das ist auch schon mit dem Inspire 3D-Building-Modell, das ist auch so, das ist auch in enger Zusammenarbeit mit CityGML designt worden. Und es gibt überall jetzt, also vor allen Dingen im internationalen Raum, gibt es sehr viele Bestrebungen, eigene CityGML-ADE-S zu entwickeln. Und die 3D-CityDB unterstützt diese ADE-S leider noch nicht. Und wir wollen da gerne einen generischen Support entwickeln, der einfach die ADE liest und dann in der Datenbank die dann abspeichern kann, dass man da auch beliebig viele ADEs abspeichern kann. Aber das ist noch Zukunftsmysik. Aber da werden wir uns in diesem Jahr sehr intensiv mit Experten zusammensetzen, was da der Königsweg sein könnte, wie man das am besten umsetzt. Und ja, der Planning Manager, das hatte ich schon kurz erwähnt, das war halt die bisherige Lösung, um Planungsalternativen in Oracle zu verwalten. Wir hatten auch vor kurzem Anwendertreffen mit Kunden, die dann auch gesagt haben, ja, eigentlich wollen wir gar nicht so, also wir wollen wirklich in unserem produktivten Datenbestand in der Datenbank haben und keine Planungsalternativen, das wollen wir eigentlich lieber direkt visualisieren. Müssen wir sehen, wann wir das dann wirklich überarbeiten, ob und wie und wann. Also gut. Showtime. So, jetzt werde ich, wie viel Zeit habe ich noch? Ah, super. Das ist genau nach Plan. Also erstmal zeige ich euch den Importer-Exporter. Ich weiß nicht, wie viel man hier so auf erkennt kann. Das ist natürlich ein sehr technisches Tool, das ist auch nicht hübsch. Jetzt sieht es noch hässlicher aus, aber ich habe mich jetzt mal hier mit der Datenbank verbunden. Ich kann einen Datenbankbericht bestellen. Die Datenbank ist leer. Und ich kann nun hier mir einen CityGML-Datensatz einladen. Zum Beispiel, ich habe mir hier einmal aus dem Stadtmodell einen rauskopiert. Den von der Beuth-Schule. Also wenn man sich das mal vorstellen will, ich habe hier mal das mit dem FZK-Viewer. Das ist ein freier Viewer für CityGML-Daten. Eigentlich ganz nett. So, da kann man so einzelne, also der unterscheidet auch die Semantik. Und da kann man einzelne semantische Klassen auch ausblenden und so weiter. Man kann auch, hier ist natürlich jetzt der Display-Mode für Shade. Das kann auch Texturen anzeigen. Das ist aus dem 3D-Stadtmodell von Berlin. Dieser Datensatz. So, ich hoffe, der zeigt mir jetzt an. Also wie gesagt, ist auch ein freies Tool. Hat ein paar nette Funktionen. Ist nicht ganz so einfach zu bedienen. Hoffentlich kommt da irgendwann mal eine etwas bessere. So, jetzt sehen wir hier das Modell. Wo befinden wir uns gerade? Ja, ist natürlich flächendeckend texturiert für eine ganze Stadt. Das sieht dann immer nicht ganz so hübsch aus. So, und diesen Datensatz habe ich jetzt importiert. Geht eigentlich recht fix. Das war jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend, aber nur mal, damit man ein Gefühl dafür hat. Also in der Datenbank sieht das dann, hat man dann hier so seine ganzen Tabellen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und dann sieht man hier immer, das sind immer die ganzen City-Germel-Attribute. Und hier haben wir auch schon, hier sehen wir auch schon die Bridge und die Tunnel-Tabellen von dem neuen Schema. Okay. Und ja, was ich schon erklärt hatte, hier haben wir halt Exportmöglichkeiten, wo wir, also so Filtermöglichkeiten, die momentan dann noch recht begrenzt sind, weil ich rechne nochmal schnell eine Boundingbox. Und dann können wir ungefähr sehen, was hier in der Datenbank gerade drin steckt, welcher Datenbestand. Also das habe ich da gerade reingeschmissen. Und momentan ist das die einzige Export, also räumliche Filtermöglichkeit für Exporte. Das wollen wir auch zum Beispiel, dass man Polykone oder Shapes einladen kann. Liebige. Gut. Und mal eine Demonstration für den WFS. Oder ich zeige euch einfach mal, wie so eine Anwendung da nachher aussehen kann. Wie ist der Ausschnitt da jetzt? Also es ist jetzt mal das Dreistattmodell von Berlin. Wenn wir dann hier auf so ein Gebäude klicken, dann wird ein WFS-Request an die Datenbank gesendet und schickt uns dann die Attribute zurück. Also die Grundlage, das kann ich vielleicht nur, soll zwar jetzt hier nicht um unsere Visualisierungslösung gehen, aber das hier ist so ein Streaming-Ansatz. Also das ist alles von der Datenbank exportiert nach KML, gestreamt und dann aufbereitet für das Web. Also wir hoffen auch, dass da bald irgendwann WebGL auch mal so performante Lösungen hinkriegt. Also da sind wir gerade ziemlich stark dabei, das zu untersuchen. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen? Herr Felix, herzlichen Dank. Ja, Fragen. Gibt es überhaupt schon einen Klienten, der WFS 2.0 in 3D GML verarbeiten kann, außer diese Abfrage, die Sie gerade gezeigt haben? Die, also wir haben das ja bewusst, das ist ja im letzten Jahr entwickelt worden und wir wollten gleich auf WFS 2.0 gehen. Also das war die Voraussetzung. Ein Klient. Achso, ein Klient. Ja. Also ein Kunde oder ein Client? Ja, ich glaube, die Frage habe ich jetzt nicht ganz so richtig verstanden, aber... Ja, ja, da kannst du es nochmal erläutern, also jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Weitere Fragen? Wer von Ihnen nutzt denn schon 3D-Stadtmodelle oder arbeitet gerade an 3D-Stadtmodellen? Das glaube ich, ja, ja. Und Ihre Erfahrungen mit CTGML, mit Software? Ich meine, Sie haben hier die Möglichkeit, hier stehen die Experten, hier ist Publikum, das vielleicht auch an Ihren Fragen interessiert ist. Gut. Ja, spiegelt auch so meine Erwartung wieder. Also, was Felix gerade gesagt hat, ich kann Sie nur ermutigen und das geht ja, das zieht sich hier durch die Konferenz. Das ist ein Open Source Produkt, das jetzt hier entsteht und ich kann jedem nur empfehlen. Das ist schon im Einsatz. Aber man kann mitmachen, man kann das auch nutzen und dann die Erfahrungen teilen, weil, wie wir jetzt bei verschiedensten Vorträgen gehört haben, das ist, wie Open Source lebt. Man kann das zwar einfach auch nutzen, aber es ist natürlich interessanter, das zu nutzen, mitzumachen bei der potenziellen Weiterentwicklung. Einfach die Erfahrungen, einfach die Erfahrungen rückzumelden an die Entwickler oder eben selber auch dazu beitragen. Gut. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Nein? Letzte Chance? Herzlichen Dank nochmal, Felix. Bitte. Und Genau. Ja. 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 Ja, ja. Ja.